Wow, da sind wir. Das ist ein Schalter, hat sie gerade aktiviert. Ah ja, ein R, das Ding. Ja. Da ist jetzt irgendwas hochgekommen. Geht wieder runter. Ich brauche Feuer. Dann kommt hier das dritte Symbol, die letzten Beine, na klar. Diese Rune und diese Rune. Find another way to re-wait in the Great Barricade. Noch mal Bogenschießen. Siegste Gott, Alter. Ja. Von hier kriegen wir es nicht hin. Ne, hier sind wir zu weit weg. Das heißt, wir müssen hier nochmal raus. Ja. 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 Vier mas Takes, wenn." Guren auch. So, dann testen wir nochmal unseren Skill. Blau. Oh, ist ganz hinten. So, dann testen wir nochmal unseren Skill. Ist das jetzt das andere Lila, oder? Ne, muss es ja, ne? Green. Jetzt kommt die Bridge. Geil. Wir sind da. Also, wir müssen nochmal runter. Track down and activate the final terminal. Machen wir. Machen wir. So. Boah, Alter, ist das so riesig. Geil. Die Haute. Drinks mit der Haunte. Ja. Ja. Tina. Ja. Ja. Schatz. Okay. Scheiße, jetzt war ich zu langsam und nicht einmal getrunken. Der Schieser, ne? Ging eigentlich ganz gut mit der wenig Energie. Ich hab mich schon erwischt. 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 Da sind wieder diese Dornen, da weiß ich noch nicht wie das weggeht, Great Chamber. Geh zurück, ihr Honorless Bastards! Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Das sieht ja an einer brutalen Arena aus, da unten. Ja, kommen wir hier hin? Fährt dann irgendwas hoch? Wir werden es erleben. Ja. 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 Mit Guard Key, den haben wir. Dragon Egg. Find a way to burn the Bramble. Ah, die muss man niederbrennen. Naja. Hätte ich immer drauf kommen können. Oder ne, das hatte ich versucht mit Explosionen. Aber mit Verbrennen an sich habe ich es nicht versucht. Wo ist der Stab? Wo ist der Stab? Wo ist der Stab? Wo ist der Stab, wo ist der Stab, wo ist der Stab? Die will ich wieder haben. Ah, ich kann nur den einen nehmen. Verstehe. Okay. Na gut. Find a way to burn it down. Geht also nicht. Ich habe es schon mal versucht zu sprengen. Ich habe es schon mal versucht zu sprengen. Geht nicht. Okay. Geht mich What a shit baby Da ist ein Schalter Okay, rechts, links Okay Okay Oh, hier kommen wir noch nicht rein, das können wir echt nicht durchballern. Geht das wirklich nicht? Doch. Das nervt mich gerade. Das nervt mich, stresst mich. Oh, das brauchen wir, wer war? Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. hmm so Geolart Ich kann es nicht mehr tragen. Das sieht eine Arena aus hier, ne? Boah, das ist nochmal ein neuer Schild. Geil. Und hier ist einer draufgegangen. Das können wir ja gleich mal versuchen. Da ist der Hebel. Den wir noch nicht haben. Den fahren wir noch nicht. Um das Gate zu öffnen. Und dadurch das hier... My crossbow is loaded and... At my command! To encode? No thank you. On my word! Ich hab schon mehr vergessen Leute Gibt's hier eine Hunt and Fight, Alter Hier ist auch mir kapiert Das machen wir gleich mal Solless ones, go back to whence you came Find a way to recover Viggo's treasure, okay Inspect Viggo's Spectacool Sie haben mich selbst in Pakt, und ich würde mich gerne Was haben wir mit den Ohr, ich würde mich wissen Auf Wiedersehen Ich sage euch das Ich habe dich nicht besprochen Ach so, da darf ich nicht rein gehen. Ok, da darf ich nicht rein gehen. Ok, da darf ich nicht rein gehen. Ok, da darf ich nicht rein gehen. Die Ionen geht gleich dann irgendwas ab. Ok, da darf ich nicht rein gehen. Ok, da darf ich nicht rein gehen. Oh, jetzt sind das. Ok, das ist für die Armbrust. Ok, da darf ich nicht rein gehen. 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 Ok, da darf ich nicht rein.